Wenn wir spielen, würde ich gerne noch mal den Pop-Up-Modus spielen. Ich bin Killer. Super. Gott. Ich bin Killer. Ich bin Killer. Du, dich selber. Ja, ich wollte jetzt gerade auch kriegen. Da liegt... Ja, da. Portland war's. Ne, Portland nehme ich raus. Ja, du nimmst Portland raus. Ja, weil wir beide geangelt haben, haben beide danach die Fische gebraten. Also den nehme ich dafür raus. Stefan ist mit mir bei COMMS. Glaube ich zumindest, dass er das war. Ja, ich stehe gerade da rum. Ich stehe jetzt gerade vor dem Teleskop. Ich bin da jetzt gerade hingelaufen und kam von Jungle. Ich frage mal kurz mein Orakel. Ach, ey. Orakel. Orakel. Orakel, weißt du den Weg? Orakel. Okay, mein Orakel sagt, dass Akulein nicht böse ist. Ah, okay. Was? Das Orakel sagt, ich wäre nicht böse. Ja, du bist safe nach meinem Orakel. Ja, das Fortland ist der Killer. Knochen ist auch... Knochen ist auch safe. Juhu! So. Wallis, was ist mit meinem Orakel los? Moment, welche Frage stellst du? Ja, ich war den ganzen Abend noch kein Killer und ich habe mich eben schon wieder geärgert, dass ich kein Killer bin. Ich habe das in ein paar Rechnungen offen. Nicht wahr, Scouti? Wie? Oh? Lamalina vielleicht. Ja, bitte was? Hallo? Was ist mit mir? Also mein Orakel sagt, dass Lamalina eventuell böse ist. Das halte ich für ein Gerücht. Leckboten. Das halte ich für ein Gerücht. Ich skipp hier. Ja. Also wenn Fortland schon mit sowas anfängt, dann ist das halt definitiv Impostor. Ich drücke meinen Skipp-Button. Nein, bin ich. Ich drücke meinen Imaginärum-Skipp-Button. Also Fortland? Nee. Wollte auch gerade sagen, weil du meines ist Fortland. Moment, also ich bin nicht Killer. Scouti ist mein Skipp-Button. What? Ich möchte nur sagen, wenn ich Killer wäre, wäre Scouti tot. Was? Wenn ich seit zwei Wochen Scouti schreibe, ich freue mich dich umzubringen. Ja. Du hast mich einfach nie gefunden, oder es waren zu viele Zeugen da. Scouti ist mein... Ich weiß noch, die eine Stelle da, wo wir uns begegnet sind, da waren viele Leute da. Scouti, sei nicht so übermühtig. Es kann auch sein, dass er dich gesucht hat und jetzt du hier noch lebst und nicht. Scouti, glaub mir... Mir wäre es egal, ob es Zeugen gäbe. Ich würde dich... Nein, das glaube ich dir nicht. Einfach vier Leute roten. So, Scouti töten. Bist du mal Bescheid? Ne? So, Scouti töten. Bist du mal Bescheid? Ne? Vielen Dank. Vielen Dank. Er liegt Cafeteria, also beziehungsweise da an diesem Grill-Dinge da. Lamalina steht oben in... Ich stehe bei der Leitertas da oben. Der steht in der Küche? Nein, in der Mitte da bei diesem... Feuerstelle. Feuerstelle, genau. Nicht in Kitchen, nicht in Cafeteria. Genau, ja, Feuerstelle. Nein, bei den Marshmallows. Ja, also Lamalina kann auch bezeugen, dass es nicht gerade ganz so alt sein kann. Das kann ich bezeugen, ja. Weil er ist nämlich instant vor mir die Rutsche darunter. Kann ich bezeugen, ja. Fortlin ist mit mir hochgerutscht, der kann es auch nicht sein. Und... Ich komme hinterher, laufe ihm nach und kriege einen Report-Button und er ist tot. Wir warten noch da... Also wo jetzt? Bei der Feuerstelle. Äh, Feuerstelle. Beim Spawn. Ich bin bei Ausguck und ich habe das letzte... Den letzten, den ich gesehen habe, war tatsächlich Scaldi gewesen, der war Reaktor. Ja, und dann bin ich nach oben und dann bin Fortlin begegnet. Sehr gut, sehr gut. Ich bin der Begegnung, Scaldi. Ey. Mach die Ogen um. Wenn mir das aufgefahren wäre, wärst du jetzt tot. Du bist nach links gelaufen. Du bist nach links gelaufen. Ja, es kann sein. Mir ist jemand begegnet, aber ich habe nicht drauf geachtet, welche Farbe. Du achtest einfach auf nix. Sagst du, du dir warst. Das weiß ich nicht. Du bist vor mir hochgerutscht. Aber wir waren beide eigentlich noch unsichtbar, Lamalina. Also in dieser verhecksten Rolle. Aus meiner Perspektive. Ich wusste nicht, wer mit mir hochgerutscht ist, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich bin der Person aber nachgelaufen und dann kommst du raus. Ja, aber ich bin hochgerutscht und da während beim Rutschen war ich noch böse, ähm. Böse? Ja, wo ist das? Ja, böse. Nein, unsichtbar. Verwandelt. Kann der Böse, also der Imposter, wird es für den auch alles verhext oder sieht er die Leute normal? Ich weiß es nicht. Äh. Ich habe ehrlich gesagt, dass böse Lita auch. Malina vom Timing verraten, so böse ich sein muss. Äh. Lamalina kann es nicht gewesen sein. Wie oft denn noch? Ich kann den Kill nicht gemacht haben, ich bin hochgerutscht und der Kill lag da noch nicht. Nein, ich meine nicht, dass sie jetzt den Kill gemacht hat, aber dass sie tendenziell böse ist. Ich skippe aber, wir sind sie. Ja, deswegen skippe auch. Also rein theoretisch, ja. Aber ich weiß es nicht, ich weiß ehrlich gesagt, ich... Was zur Hölle, Frau Dillen? Was zur Hölle? Das Ding hat sich aufgelöst, während wir da hochgerutscht sind. Das war der Bot, nicht ich. Ich muss den Bot dringend anpassen. Ich muss den Bot diese Sch othersen a cowsl coreskopieren. Dann werde ich meinen aber zu ölen. Ich will das nicht. Das ist ja nicht so, dass ich Akku gevotet habe.